Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt. Wir spielen den Weed Farmer Simulator. Hier, Alexis. So, wir schauen mal. So, wir machen ein New Game. Echt, mit Traktor. Super, okay. New Game. Ein Traum. Es ist ein Traum. Game Mode, was haben wir denn alles? Sandbox oder Simulation? Okay. So, Sandbox, bla bla bla. Weniger Wasser, weniger Dünger und einfach so. Es gibt keine Sorgen. Okay, wir wollen Sorgen. Wir wollen Nacht. Wir wollen, okay, Gameplay. Genau, wir wollen Simulation. Yeah, wenn schon spielen, dann richtig. Great World. Yeah, mit Traktor. Ach, super. Das ist unser Auto. Nehme ich an. Mit der Handbremse. Was ist das? Kann man das Auto in den Container packen? Oh ja, das wäre gut. Und drin ist. So, wir können placen, wo wir wollen. Was weiß ich. Wir wollen, wir wollen mal da. Super. Ah, zurück mit Shift. Okay, wir schauen uns das später an. Sheerfog. So. Da kommt mal. Wow. Was ist das alles? Okay, Select Your Ex. Okay, das machen wir mal. So. Auf die vier. Auf die eins. Natürlich. Geht zum Sticks. Der hier? Der Baum? Nö. Der da. Ich will den Baum. Okay. Baumfeld. Timber. So. Wie schon der Titel vermuten lässt, werden wir hier rein aus medizinischen Zwecken Sachen anbauen, beziehungsweise illegal, ein illegales Imperium und keiner weiß, was es am Ende werden wird. So, wir haben ein paar von diesen Stöckchen jetzt. Und was machen wir jetzt mit den Stöckchen? Direct Implantar Sticks. Ah, Errungenschaft. Yeah. So, super. Wir heben also auf, indem wir einfach drüber laufen. Toll. Finde ich gut. Ah, so. Also, da steht Auto. Da ist Wasser. Ja. So. Planter Sticks ins Inventar. Super. Mal auf die fünf. Auf die fünf. Und jetzt planten wir mit den Sticks. Ich würde sagen, da in der Flucht vom Container. Ich nehme an, wir stecken jetzt ein Fade ab. Okay. Okay. Aha. Gut. So. Great. In the future, you need to buy seeds. Okay. Wir schauen ins Inventory und ziehen es uns auf die Hotbar. Yeah, Hotbar. So, da haben wir zehn von ihnen. Eins, zwei. Drei. Drei. Wieso sitzen die da schon fertig? Wachsen die nicht erst? Hm. Hoffentlich kommt da keiner vorbei. Ah, da sitzt die ein wenig hinterm Container. So. Und er hier. So wie er hier. Super. Okay. Und jetzt? Water. Drag the watering can. Ja, das machen wir. Wir können die auch hier her. Okay. Und die halte ich jetzt hier nur. Oh. Die halte ich hier nur drunter. Und die fühlt sich allein mit Wasser. Ist das genial. Das ist schon cool. Super. So, 14 Uhr nur zwei. Ist super Zeit, um Pflanzen zu gießen. Okay. Sonnenlicht. Und darunter das grüne. Ah, und der blaue Balken fühlt sich, wenn wir gießen. Okay. Okay. Und oben das Blatt bedeutet, die sind jetzt fertig. Nehme ich an. So, super. Dann füllen wir gleich wieder auf. Und wir haben gleich eine volle Gießgarne für das nächste Mal. Yeah. So, es wird ein angezockt. Ich weiß nicht, wie lange hier das Spielspaß erhalten bleibt. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall werden wir es gemeinsam mal testen. So, das brauchen wir ziemlich sicher zum... Aha. Okay. Zum Schnübeln. So, na dann schnübeln wir mal. Ja, 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 hier, ja. Okay, wird automatisch zum Inventory beigefügt. Aha, aha. Und er hier. Super. So, once you harvested... Okay, go to the laptop. Ja, wir gehen zu dem Laptop. Mit der großen Schere. Press E. Oh, wir haben... Oh, wir machen gar nichts mehr. 10.000 Dollar. Wir wohnen jetzt hier im Container. Super. Press the Sell Button. Okay. Okay. Das Beutelchen. Und Sell. Was? Wir haben gerade... Wir haben 10.000 verloren. Sieht's? Wege... Wir können einen Traktor haben. Oh, ja. Was ist denn das? Planter. Harvester. Ähm, Bewässerungsding. Ist das cool? Kann man... Nein. Glaube ich ja nicht. Dünner? Wahnsinn. Decoration. Ah, Elektrizität. So, wir fangen an mit dem hier. 70 bedeutet, wir haben... Wir machen einmal... Genau. Wir machen einmal das hier. Und einmal das hier. So. Einfach mal nur einpflanzen. So, dann ziehe ich mir das wieder ins Inventar. So weit, so klar. Nö, da. Das will ich da raus haben. So, dankeschön. Hier. So, dann pflanzen wir mal. Zuerst die bunten. Weil die bunt sind... Ah, und jetzt wachsen sie. Das war sozusagen nur das Tutorial. So, weil die bunt sind. So, und jetzt kommen die dran. Okay. Und jetzt müssen wir sozusagen selber dafür sorgen, dass da alles gut ist. Oh, und die Balken sind noch ganz unten. Okay, müssen wir gießen. Gießen, gießen, gießen. Die Balken steigen. Es ist wunderbar. So weit, so klar. Doch, auch die Links von uns steigen, obwohl wir rechts gießen. Ist okay. Vielleicht muss man einfach nur das Beet gießen. Wobei die an den Ecken. Das ist ungewohnt, wenn man das Schiff drückt, dass man langsamer läuft. Er läuft immer. Mit Shift geht er. So, die ist keine voll. Und Bäm. Super. Oh, wie schön. So. Lala, lala. Lala, lala. So. Alle haben voll mit der noch nicht. Ist er voll? Nö. Oh, ja. Wie Ostern und Weihnachten. Ja, jetzt ist er voll. Super. Alle voll? Super, super, super. So, ganz toll. Wir schauen uns jetzt im Container um. Vorher füllen wir natürlich die Gießkanne noch an. Für später. Ah, wie schön. Sehr cool. So, wird ein angezockt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange. Boah, sind wir groß. Oder das Auto ist einfach eher von der Marke Matchbox. Das ist aber gut. Von der Straße aus sieht man gar nicht, was wir da getan haben. So, der Container steht davor. Ja gut, von hier würde man sehen. Aber es könnte auch alles sein. 1988 hier. Etwas älterer Golf. So. Gut. Dann schauen wir uns jetzt im Container mal um, was wir da so Schönes haben. Ah. Fire Escapes. Okay. Edward. So, was aber auch. Okay, das ist immer wieder kein Freedom of the... Ein Radio. Okay, wir können eigentlich abdrehen. Das ist aber hübsch hier. Schöner Schlafplatz. Alles aufgeklaupt. Alles aufgeklaupt. Alles aufgehoben. Und sogar mehrfach. Weil hier zum Beispiel die Katze Edward Penfield. Edward Penfield. Yeah. So, und hier die Kisteln. Für später der Kühlschrank. Wir können uns nicht ducken. Ich würde das gerne lesen oder genauer anschauen. Mie. Okay. So, schauen wir mal. Wir dürfen nicht vergessen. Okay, die wachsen noch. Dann würde ich sagen, wir bereiten ein zweites Beet vor. Einfach mal sicherheitshalber. So. Würde ich sagen, hier mit einmal Abstand. So. So. Und da. So wie hier. Okay, vom Konzept her gar nicht so schwierig. Yeah. Oh ja, wir haben es gekauft. Wir haben es gekauft. For sale. Cool. Errungenschaft, frage ich. Oh je. Okay. Okay. Errungenschaft. So. Wasser ist noch bei allen voll. Das ist gut. Der grüne Balken. Ich nehme an, wenn der dann voll ist. Sonne wird immer weniger. Okay. Wenn der dann voll ist, der grüne Balken. Dann geht es aber los. Dann können wir wieder ernten. Und dann werden wir das zweite Beet benutzen. und bepflanzen. Ach, wie schön. So. Inzwischen könnte man eigentlich roden. Das. Der nehmen wir uns die ganze Sonne hier weg. Der große. Den werden wir wegnehmen. So. Der große Dämon ist weg. Baum fällt. Timber. Domino. Nö. Nicht ganz. Das geht super, dass Bäume fällen. Schön. So. Gleich mehr Sonne hier. Oh. Sieht nur, wie die wachsen. Ja, da hinten die Bäume. Die sind okay. So. Legen wir hier gleich noch ein Fade an. Oder. Ach komm. Wenn wir schon da sind. So. Wir machen hier wieder einmal Abstand. Das ist so gefühlt, dass wir links und rechts durchgehen können. Hier. So. Also hier. Oh. Ja, ja, ja. Mit Augenmaß habe ich da aber nicht so gearbeitet. Oh, ja, ja. So. Dann mit hier. Und. Ach komm, mit hier. Super. So. Das Fade Nummer 3. Wir sind dabei. Wir haben nur keine Seeds. Aber bald. Ach, wirklich. So. Da gießen wir noch einmal schnell drüber. Weil da hinten in der Ecke. Der da. Hat weniger Wasser. Den werden wir jetzt gießen. Gießen, gießen. So. Auf das er schnell wachse. Seht nur. Wie sie wachsen. Der da in der Ecke will auch mehr Wasser. Super. Komm, wir gießen die ganze Gießkanne da aus. Das ganze Fäts. Oh. Und jetzt wiederholen. Yeah. Wunderbar. Ah, 19.50 Uhr. Der erste Tag. Yeah. Early Access. Ich bin gespannt, was draus wird. Updates gibt es immer in etwas sehr größeren Abständen. Aber mal schauen. Ich habe mir gedacht, anzocken können wir es ja. Jeder kann sich dann sein eigenes Bild draus machen. Ob das was Gutes ist oder nicht. Tja. Ich. Ja. Das seht euch einfach an. So. Es ist 20 Uhr. Das ist gut. Sogar der Mond ist da. Super. Sonne geht bald unter. Wir haben Tag-Nacht-Rhythmus. Jetzt schauen wir nochmal schön in den Shop. So. Was haben wir da schönes? Die Seeds. Okay. Deep Chill. Mhm. So. Kaufpreis. Verkaufspreis. Okay. Ah, die Yield. 4 bis 5 Stück. Okay. Und hier bei dem. 5 bis 7 Stück. Okay. Der ist bunt. Der bringt mehr. 7 bis 9. Ja. Indica müssen wir anbauen. 6 bis 8 ist auch cool. Was machen wir bei dem? 7 bis 8. Oh. Run, run, run. Ah, okay. So. Vehikel. Was kann dieser Traktor? Der Träger. Ein Allrounder. Mhm. Das könnte ein guter erster Traktor sein für uns. Bei 3.000. 3.000. 30.000. So. Schauen wir mal. Warum kostet der 30.000? Ja gut. Der ist natürlich. Das ist natürlich. Also. Und wir dürfen nicht vergessen. Wir brauchen dann die Dinge auch. Sonst helfen uns diese ganzen Traktoren ja nichts. Wow. Okay. kommen. Come on. Der meint, aber könnten wir dann kaufen mit Papier, ja, schönes Paper und Fertilizer. Hm. Kann ich Fertilizer oder was? Contrains heißt, okay. Grow faster. Wie viel haben wir da? Wenn wir einmal das kaufen und 30, wie viel kriegen wir da? Hm. So. Decoration. Oh. Da können wir dann die Flaggen an die Beete setzen. Eine Statue. Eine lange Statue und Farust. Oh ja. Solarpaneele. Batterie. Das ist ja cool. Super. Ja, das brauchen wir alles. Alles das brauchen wir. Oh. Oh. Es ist dunkel. Seht nur, wie sie jetzt nicht wachsen. Und da drüben steht, also da drüber, wie viele das dann werden. Da kommen sieben Beutel raus. Okay. Und bei denen kommen fünf raus. Okay. Wir legen uns mal hin. Es ist 22 Uhr. Wir legen uns mal hin. Mit dem Wasser daneben werden wir sicher nicht ins Bett machen. Nö. Oh. Gute Nacht. Oh. Schön. Ich glaube aber, den Radio müssen wir abdrehen. Den Radio müssen wir unbedingt definitiv abdrehen. Oh. Danke. Ein wenig. Ein wenig abdrehen. Ach. Wie schön. So. Wasser ist noch da. Aber wir sollten nachgießen. So, meine Lieben. Dann würde ich aber mal sagen, das war es für die erste Folge. Wir machen ein Angezeugt. Bedeutet, wir machen wieder so, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen. Mehr machen wir nicht. Ähm. Vielleicht mir. Wenn es allen gefällt. Aber wir schauen mal. Wir werden es mal so ein wenig anzocken. So. Die Scan ist leer. Bedeutet für uns. Ah. Die Folge ist heute zu Ende. Der erste Tag als Weed Farmer. Wunderbar. So, meine Lieben. Das war es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017